Du drohst ein Aufwachenkrieg. Ja, wir machen das. Halte durch, Super Craig. Okay, okay, okay. Ich hätte LT gesucht in Untersuchungsmodus. Alles klar, in Kombination kriegen wir es hin. Alter. Okay, nutze N und R, um die optimale Furzstärke zu ermitteln. Okay, was muss ich jetzt? Das ist ja cool. Ohne Scheiß. Was ist das? Was ist das? Es ist ein Intracardiac Injection, Super Craig. Ich musste dich stabilisieren. Bist du wirklich ernsthaft jetzt? Du könntest mich fucking töten. Was hast du das, Carmen? Was ist das? Jetzt können wir die Liebe und was wir wollen. Wir machen eine große Team, Buttlord. Alter, Junge. Jetzt hat er direkt so eine Herz... So eine Neu mit Adrenalin ins Herz gerammt, ey. Auf die Fresse hier. Du bist da? Hallo, General Desiree! Die Kuhn-Frienden sind alle weggebrannt, oder? Shit! Stan Narsch ist unser neuer Follower auf Kuhnstagram. Sweet! Ein Bausparvertrag. Hängt hier noch irgendwo ein Bild von... Nö. Anscheinend nicht. Okay. Alter, hat der dem da die Nadel ins Herz gesteckt. Wie wär's, wenn ich das Ding einfach kaputt mach, worauf du stehst? Hm? Wie wär's mit der Idee? Hey, was ist da drin? Du bist verlieblich für irgendwelche Property-Gamage, weißt du? Ja. Und schon... Essense. Tja. Ganz easy. Ich weiß, ich bin der smarte, aber ich dachte, vielleicht kannst du das ausführen. Ja, ja, ich bin schon dabei. Alter, wie geil. Mit diesem Maßband ist der da runtergekommen. Wie cool. Hm. Hoffentlich macht er das jedes Mal sauber. Boah. Der Junge, der ist aus... Was war das? Vier Meter? Ist der runtergefallen. Ja, mein Gott. Gehörteralschaden. Hm. Fernglas. Keines Monatsplakette. Okay. Hier sind wir jetzt. Wie cool. Wow. Alles klar. Elf Frames. War anscheinend... Das hat das Spiel gerade... Das Spiel hat mein Rechner gerade sowas von überwältigt. Ich weiß nicht, warum die jetzt diese Halloween-Stimmung haben. Oder vielleicht brauche ich einfach zu lange für dieses Spiel. Kann ja auch sein. So. Und... Ein Shortcut für uns. Ja. Sofort, Wendy. Callgirl. Aber ich... Das hört sich auch wieder so extrem an, weißt du. Callgirl ist ja eigentlich... Eine andere Person. Aber gut. Das mit dem Controller ist gar nicht mehr so einfach. Das so zu halten. Nein, es geht meine Übung nicht so weit. Gut. Machen wir. Edgars Kleber. Der Kleber mit der Kuh. Haha. So. Ich geh mal jetzt erstmal hier rein. 45c ist bestimmt auch ganz hübsch. Au, au, au. Alter, da ist... Captain Einsicht. Alter Junge. Ich hätte es fast vergessen. Captain Einsicht. Den haben wir ja auch noch. Jawohl, jetzt holen wir uns schnell die Kiste. Ja. Captain Einsicht war mega cool. Ohne Scheiß. Captain Einsicht konnte alles. Na, was haben wir hier noch? Weiß ich gar nicht, wer da stellen soll. Einen alten CD sammeln? Eumel hier? Oder was soll das sein? Oder Müll? Container? Entschuldigung. Oh Gott. Ja, warte mal. Wir machen jetzt hier erstmal alles leer. Heißt die Toolshut. Okay, pass auf. So. Jetzt habe ich beide betäubt. Rack TV. Gesundheit. Dankeschön. So. Besiege die Chaos-Lakain. Ja. Die Dicken haben mehr Leben, also machen wir die zuerst weg. Bam. Hause kaputt. Genau. Trink deine Fanta, Junge. Warum ist jetzt eigentlich hier unser geiles Einhorn nach hinten gegangen? Okay, ne, das reicht. Ja. Lass das mal sein. Ich will jetzt auch wieder dran sein. So. Du gehst jetzt schon mal hops. Zack. Du gehst gleich drauf, Kollege. Alter, Cartman hast schon vor auf den Sack gekriegt. Bleh. Ähm. Komm. Die beiden sind grad ein bisschen nerviger. Genau. Ja, 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 ja. Warte mal. Wir sind ein bisschen zu weit nach vorne gegangen. Ja, und ich bin hier, um dich fertig zu machen. Alter. Geh reinhauen. Geh reinhauen. So, du kommst jetzt erstmal zurück. Geh reinhauen. Das kann ja wohl gar nicht sein hier. Ich burne für... Nö. Das seh ich jetzt aber nicht ein, warte. Wir müssen... Entfernt negative Statuseffekte und verleiht Rundenregeneration. Ja, machen wir das. Trink aus den Shit. Alter. Der Kuhn. Der Kuhn geht gleich drauf. Müssen wir jetzt erstmal gleich... Gucken. Ah, da sterben... Sterben drei. Komm, wir machen... Wenn der Kuhn stirbt, mein Gott. Aber... Der wird er nicht. Der ist immerhin der Kuhn. Das ist der Leader der Truppe, ja. Der bleibt am Leben. Ja, guck mal, was er für ein Massensterben jetzt hier gerade... Angeteilt hat. Äh... Ja, komm. Das finde ich cool, dass das auch die Gegner zurückstoßen würde. Wenn es nicht schon ganz am Ende wäre. So. I only do this for the money. Ah. No quiero morir. Was ist das jetzt? Oh, ha. Der Blatt ist nicht überrascht. Der Blatt ist nicht überrascht. Dann habe ich so viel Blatt. Okay, okay... Wir werden jetzt... The Dark TV, vielen lieben Dank für's Followen. Wir werden jetzt aber trotzdem erstmal Toolshed einen geilen Quesadilla geben. Ja, das braucht er nämlich unbedingt. Zack, 200. Jetzt geht er gleich viel besser aus. Ja, guck mal, der fällt jetzt um. Vielen lieben Dank, schön, dass es dir gefällt. Ja, das ist bei mir, der Stream ist schon ein bisschen länger her. Deswegen habe ich so manche, vergesse ich so manche Sachen. Tut mir leid. Aber wie gesagt, sehr schön, dass es dir gefällt. Aber ich muss erstmal wieder in den ganzen Streaming-Trott wieder reinkommen. Ja, der Ernst. Schluck meinen Spitzen, Schrauben, Zieher, Dreher. Too much Sangre. Swoop. Swoop. Bams. GG, Guys. GG. So sieht's aus. Sieg auf ganzer Linie. Chaos-Raketenbausatz. Einführungs-DVD für Chaos-Angestellte. Und 1,38 Dollar. Boah. Money, money, gib es mir. Infernale Zeichenrezept. Okay. Warum? Butters, man schießt keine Mann in den Schwanz. Das ist schwul. Die Folge war so geil. Ohne Spaß. Butters. Butters. Uh. 56D war das, ne? Aber ich habe Angst, dass wir gleich nicht mehr raus, also nicht mehr Zeit haben zu gucken. Deswegen gucke ich hier erstmal. Wow. Okay. Okay, da drin ist dann bestimmt das Passwort hier für die große Chaos. So, da ist bestimmt Professor Chaos drin. Der, der macht alles weg. Hey, what the fuck? Who is that? Ach, das Schnüffeln. That's right. The King. And some little fat kid too. Ach, da glaubst du wohl selber nicht. Ich meine, guck mal, ich bin Käpt'n Einhorn mit Toolshed, Human Kite und dem Kuhn. Wir machen euch platt. Oh, da ist jetzt aber viel. Kann ich das... Das geht. Okay, pass auf. Da machen wir... Nichts. Denn das ist mir zu gefährlich. Da brauchen wir einen Fernkämpfer für. Ich bleibe jetzt einfach hier stehen. Oder? Ne, da habe ich Angst, dass ich selber Schaden von kriege. Deswegen überspringen wir die Runde mal. Die dürfen keinen Fernangriff starten, sonst bin ich am Arsch. Ah, okay. Das war dumm, Sebastian. Das war richtig dumm. Aber wir machen das jetzt einfach normal. Ach, komm, ich bin hier hin. Okay. Na, dann richten wir ein bisschen Schaden auf Entfernung an. 76. Oh, shit. Das war ja wieder richtig gut. Ich habe nicht darauf geachtet, dass Toolshed im Weg stand. Mit einem Selfie-Stick verbündeter Callgirl freigeschaltet. Jawohl. Oh, der Spruch war aber... Oh, der Spruch war aber... Na ja. Du erhältst Block und erzündest... Erzündst ein Feind. Ja, ich werde jetzt erstmal den Fehler, den ich gerade im Gang habe, wiedergutmachen. Was ich nicht kann. Verprügele einen Gegner und füge ihm ein... Okay, was ist Y? Verursacht bei einem Gegner Schaden und deine Verteidigung ist... Und deine Verteidigung... Okay, cool. Mach mal das mal. Das war gar nicht mal so blöd. Ich meine, die ganze Bude brennt zwar jetzt, aber... Boah, wir sind richtig am Arsch, wenn die auf die... Oh, nee. Boah, das wird uns sowas von vernichten. Lass uns mal. Aber die Verlockung war halt groß. Oh, ist das süß. Aber wir sind gerade im Kampf. Das wäre ziemlich dämlich. Das... Das geht. Wir machen das. Denn dann wird das Ding hochfliegen. Das. Dankeschön. Ah, guck mal. Das war gar nicht mal so dumm. Ausnahmsweise... Und jetzt verprügelt Wendy den noch. Alter Vater, hat die draufgeknüppelt. So. So. Tja, und der Kuhn schaut wieder mal nur zu. Ja, du kannst jetzt nichts machen. Ich weiß. Biep, biep. I'm a sheep. I said, biep, biep, I'm a sheep. Biep, biep, I'm a sheep. I said, biep, biep, I'm a sheep. Das ist doch Bullshit. Warum kann ich den jetzt hier nicht finishen, Mann? Oh. Zack. Finish him. Drogenfläschchen und 1,78. All right, look, it ain't us, okay? The big man has all the crime families working together. The Italians, the Russians, the sixth graders, they all work for him. We just put the cat urine in the drugs and alcohol. Who is the big man? He don't even do it for the money, man. It's like, it's like he wants more crime in the streets. Wow, that sounds spooky. You don't even know spooky, man. We got to do this if they tell us. Don't you get it? We're already dead for telling you. All right. Ach so. Ach so. Natürlich. What a snap. Alter, but das ist voll... Das ist verrückt geworden. You've come far, Coon-Friends. But now you're trapped in my inner sanctum. Got it. Ready when you are, new kid. Lol. Warte. Nee. Jetzt haben wir auch wen zum schenken. Chaos. 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 Nicht im Ernst. Wow. Wow. Halt der LT gedrückt, um in den Untersuchungsmustellen und benutzt L, um offene Rohre zu untersuchen. Okay. 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 Wähle mit Hilfe, ja, ja, ich weiß. Ja, das wird auch funktionieren. Oh, das wird geht. Nee. Aber das leuchtet so. Okay. Warte. Wir müssen 100 pro das Ventil hier irgendwie. da. Ha. Wusste ich's doch. So. So. Das war irgendwie nicht so gut. Was machen wir jetzt? Nee, der ist jetzt weg. Ich fürchte ich fürchte ehrlich gesagt. Ah lol, ich bin ein Blindfisch. Die 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 Bis zum nächsten Mal.